Nicht nur die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch der Event-Tourismus ist von der Corona-Situation betroffen. So auch das Galerie-Event-Resort in St. Wolfgang am Wolfgangsee. Großveranstaltungen wurden abgesagt oder auf das Jahr 2021 verschoben. Der Gründer Peter Gasperger zeigt sich dennoch zuversichtlich. Wie war der Tag, an dem es geheißen hat, ja, ab sofort, es muss geschlossen sein? Ja, wir waren relativ früh dran. Am 25. Februar wurde eben die erste Veranstaltung für den 27., eine große Pharma-Veranstaltung, wurde schon abgesagt, da die eben vom amerikanischen Konzern aus die Order bekommen haben, keine Großveranstaltungen durchzuführen. Und ja, jetzt warten wir quasi, bis wir wieder aufmachen können. Wie habt ihr die Schließphase erlebt? Also wie war die Zeit jetzt, in der geschlossen war? Es gibt ja jetzt einen Termin, an dem wieder geöffnet werden kann, aber wie hat sie diese Zeit jetzt währenddessen erlebt? Naja, jetzt haben wir versuchen müssen, alle Dinge, die was gekommen sind, positiv zu lösen. Viele Dinge haben wir im Herbst verschoben, beziehungsweise dann das nächste schon auf das Jahr 2021 verschoben. Die Mitarbeiter sind natürlich auch ein großes Thema. Wie ist man mit denen umgegangen? Wie hat sie das geregelt? Ja, die sind großteils eben in Kurzarbeit und warten schon drauf, dass sie eben, wie es bei uns jetzt ist, wir werden Ende Juni wieder aufsperren, da wir warten, dass die Grenzen aufgehen. Das ist zu Deutschland eben Mitte Juni und Ende Juni werden wir dann mit einer neuen Öffnung wieder beginnen. Heißt das dann, von heute auf morgen ist wieder alles beim Alten? Nein, das nicht, weil wir eben im Moment nur sehr, sehr kleine Veranstaltungen haben, beziehungsweise B2B-Veranstaltungen und wir jetzt umgestellt haben, zumindest für die Monate Juli, August auf Privatgäste und die müssen wir erst akquirieren und da müssen wir sicher ein bisschen lernen, mit denen umzugehen. Ja, ich sage immer, es kommt weniger darauf an, was einen widerfährt, sondern wie wir damit umgehen und jetzt brauchen wir halt Ideen, müssen unsere Liquidität sichern, brauchen viele Ideen, dass die Liquidität eben bleibt. Das ist für uns das ganz, ganz große Thema und dann eben sehr zuversichtlich sein, dass 2021 wieder funktionieren wird. Es ist ja sicherlich ein finanzieller Schaden entstanden. Kann man den in Zahlen nennen oder hat man sich da schon Gedanken darüber gemacht? Also ich habe es in der Nacht oft einmal so überschlagen, aber ich will es gar nicht wissen. Das heißt, für die Zukunft, wie sind die Prognose jetzt für die touristische Zukunft? Wie sehen Sie das? Ich sehe es so, dass im Juli, August sich dieser Privatbereich gut entwickeln kann. Der Herbst wird ein bisschen Verhalten wieder beginnen, aber ich denke, so ab Wintersaison beziehungsweise 21 könnte es wieder ganz gut funktionieren. Da haben wir auch schon tolle Buchungen dafür. Werden wir sehen, ob das auch alles so eingehalten wird. So ein Shutdown, der war wirklich von heute auf morgen da. Hat da die Politik Ihrer Meinung nach richtig reagiert oder hätte man das auch anders lösen können? Ja, ich denke, wir sollten da ein bisschen nachsichtig sein, weil am Anfang konnte man das halt nur schwer einschätzen. Wir haben die Bilder aus Italien gesehen und jetzt ist es halt so, dass wir positiv in die Zukunft sehen müssen. Ich sehe es so ein bisschen wie bei einem Labyrinth. Man kommt relativ leicht herein, raus ist dann schon ein bisschen schwieriger. Ab 15. Juni werden dann auch die Grenzen wieder geöffnet haben und in dem Zuge sperrt es euch ihr dann bald wieder auf. Die ganzen Vorschriften, die jetzt einzuhalten sind, sind die umsetzbar? Also ich finde, die Vorschriften sind das kleinere Übel. Es ist viel, viel wichtiger, dass das Geschäft wieder gelingt. Das andere lasst sich alles lösen. Sind die Unterstützungen genug, die die Wirtschaft bekommt seitens der Politik? Also ich glaube, wir sollten ein bisschen weniger jammern, weil natürlich sind die auch ein bisschen überfordert. Aber es geht jetzt um Unternehmertum, um Eigenverantwortung. Wir selbst müssen jetzt irgendwas tun, den Betrieb wieder aufmachen. Es ist so ein bisschen wie bei einem Feuerschirm. Der funktioniert auch nur, wenn er offen ist.